Hüns, heute die Unartezeit haben wir aus Kuhn, mal in Kessler, und Sankt und Sankt und ist jetzt wiederhoben auf der Neu-Fell-Fellungsgebührung. Auf der Zeit, der Darm des Kallens, kann man auf 13, nicht noch mal auf 14 und 15, dann ist der Lomme, rennt die Kuhn-Alle, auf der 20. Die Kuhn-Alle, die hat Marcel Schmucker, auf 24, und nun auf 7, und dann kommt noch auf der Kuhn-Alle. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR